So Leute, das ist unser IMH2500 von der Firma IGRA. Den haben wir mal geschenkt bekommen von einem befreundeten Kanal. Verlinke ich unten. Und jetzt wollen wir mal kurz... Also der ist kinderleicht zusammenzubauen. Also das kann jedes Chimpansen-Baby mit verbundenen Augen. Und jetzt wollen wir mal kurz vorführen. Also wir haben jetzt da einen Knüppel drin stecken. Der hat 20 mm im Durchmesser. Und ein bisschen leiser drehen würde ich jetzt. Los geht's. Komm auf die Seite. Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen, der geht durch wie Butter. Ist immer ein bisschen nervig laut. Also ein bisschen was anderes wie so ein Weizenhäcksler. Aber schon ein gutes Ding. Also ich kann es nur empfehlen. Wer es dir hinzulegen möchte. Und ihr unterstützt eine ostdeutsche Firma, glaube ich. Bis dahin. Bye, bye.